Ja, und warum ich Xevento Bad Wars bringen wollte, ist, weil ich ein paar Themen zu sprechen habe. Und zwar ist in der Woche recht viel passiert. Oh, zu einem neuen Part von Xevento Bad Wars. Endlich funktioniert es mal wieder, denn das Problem hat in den letzten Malen, wo ich Xevento Bad Wars aufnehmen wollte, ging es nicht, weil keiner mitspielen wollte. Und ich mache wieder Luft. Ich sage nur eins, die Lobby ist blöd. Warum? Also, bis gleich. Beim Anfang. Bis gleich. Ich will chillen und dann geht es wieder Willen. Was in dem Mal bin ich wieder bei der Rapper Toodle. Der Rapper on the Town, yeah. So, okay, jetzt geht es los. Jetzt sind Geschenke und, ja. Schöne Map. Wir spielen die Map Christmas. Habe ich dafür gevotet. Und der, ähm, Bug, also das Saisongepackt hat, hat sich erholt. Das heißt, ich konnte wieder aus meinem festgebackten, aus meiner festgebackten Situation heraus. Das ist für eine Scheiße, ich wieder labere. Zwei, glaube ich, kostet ein Stäbchen. Ähm, Stäbchen ist hier. Ne, acht. Oh, das ist aber teuer geworden. Ne, aber ist schon immer so teuer. Ich habe noch vergessen. Ah. So. Wie gehen denn das nochmal? So, da, ja. Ich habe es noch drauf. Ich habe zwar so lange kein Bad Wars mehr gespielt, aber naja, man verlernt es halt normalerweise auch nicht so schnell. Mein Eisen. Hier, nimm das hier, bau weiter. Wir holen mir was anderes. Ja, und warum ich Ximente Bad Wars bringen wollte, ist, weil ich ein paar Themen zu sprechen habe. Und zwar ist in der Woche recht viel passiert. So, ähm, ein Schwert erstmal. Und eine dann die sieht, wenn sie klittert, sieht sie aus wie eine Diaspitze, wie lustig. Ja, okay, Texture Pack-mäßig ein bisschen anders, aber naja. Äh, Angry hat mir eine Sprachnachricht geschickt. Ich glaube, ich spiele sie gleich mal ab. Wartet kurz. Aber dann muss ich halt schauen, ob ob sie privat ist oder nicht, weil wenn sie privat ist, dann muss ich natürlich rausschneiden. Wartet kurz. Ist die von uns? Ja, die sind alle von uns. Ähm, ja. Warte mal kurz die Sprachnachricht. Ach man, noch mal lauter. Jetzt. Okay, jetzt. Boah, ich habe mir gerade mal das Video angeschaut. Ich finde das richtig geil, das Video. Also, du kannst dich mal drauf freuen. Also, es ist zwar nur zwei Minuten lang, aber es ist, also, ich persönlich würde es mir als Zuschauer anschauen. Er redet von seinem eigenen Video. Und zwar dem, dass er hochladen wird. Link ist unten in der Beschreibung. Schaut vorbei. Oh man, ich bin zu verplant. Essen und Blöcke brauche ich. Ich dachte mir, kann ich ja mal ein bisschen Werbung für ihn machen. Denn, das ist auch ein Thema. Der gute Angry, mit dem ich ja schon mehrere Videos gemacht habe. Am alten und am neuen Kanal. Der hat sich gedacht, genauso wie ich, so viele inaktive Abonnenten. Ich will einen neuen Kanal machen. Und vor allem hat er sich noch gedacht dazu, dass das hat er sich echt gedacht. Ich muss kurz überlegen. Oh, da ist einer. Leute, was ist ein Schiele? Er hat sich gedacht. Leute, ich weiß echt nicht, was ich gedacht habe. Wartet kurz. Oh, shit. Die sind so viele. Schon mal nicht so hammer. Ich bin auch ein volles Blackout. Ich weiß nicht mehr, was er irgendwie mir gesagt hat. Ich muss mal kurz überlegen. Achso, ja, genau. Der Standard-Klon, dass er sich nicht mehr mit den Videos identifizieren kann. Und deswegen hat er viele Videos von sich gelöscht. Und so ist es. Äh, vier. Da kann man ein bisschen Schwert holen. Aber der Map kann man sich schön wiederholen. Die Items. Also, die man wegwirft. Und ja, Angry hat jetzt einen neuen Kanal. Der heißt Angry Reloaded. Und ja, er startet jetzt. Also, ihr habt ja gehört, das erste Video wird toll. Denke ich aber echt. Er macht gute Videos. Gibt sich auch Mühe. Schneiden. Alles easy. Komm, Pies. Oh. Gut. Erstmal im Team. Der Itz. Irgendwas PvP. Lese ich mich durch. Ist da unten Gold. Okay, dann schnell wieder back. Shit! Du bist schon so ein Vergedalte. Fuck. Hm, naja. Auch wenn neu ist. Dazu habe ich noch zu sagen. Ich habe ein Video hochgeladen. Das war vor zwei Tagen. Nee. Ja, egal. Aber am Mittwoch, letzten Mittwoch, habe ich ein Video hochgeladen. Und zwar ging es da um eine Bewerbung zu einem Projekt. Und zwar zum TTT-Projekt. das, ähm, von Angry und mir veranstaltet wird. Es sind noch ein paar Leute dabei, die ihr vielleicht kennen könntet. Den Cliff Crofter. Den kennt man. Nun heißt er aber Duschgel. Duschgel. Und so ist es. Ähm, was brauche ich denn noch essen? Mann, ich hatte Gold, aber... Also sieht nicht so gut aus mit unserem Team. Ähm, mal kurz schauen. Unser Bett ist auch nicht mal ansatzweise zugebaut. Warte, ich hole euch dir mal ansatzweise gute Blöcke zum Zubauen. So. Ja, schön und gut, aber hier baue ich mal ein bisschen mit dem hier zu. Meine Güte. Alle bauen immer Zahnsteine zu, aber dafür... Für was gibt es denn die Endsteine? Aber naja, die Leute denken sich ja zu bauen. bringt schon was und manche wissen sogar gar nicht, dass Endsteine länger braucht zum Abbauen. Das ist schon... Manche kennen sich in Minecraft einfach nicht gut genug aus. Hier. 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 So ist schon okay. Nun. Unser Team wird die ganzen Leute getötet, also wir sind wieder da im Team mit lauter guten Leuten. Aber jetzt darauf zurückzukommen zu der TTT-Bewerbung. Oh, ich habe gesagt TTT. Ich werde veranstalten ein TTT-Projekt und ihr könnt euch bewerben. Alle Infos findet ihr... Ich fall runter. Das war eine Kacke. Wieso tue ich sowas? Wieso tue ich sowas? Warum? 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 Warum Löffelstil? Warum? Wer dumm spielt, der lauert viel. Ich hole mir diesen. Ja gut. Hat dem einen Scheiß gebraucht. Aber Gold habe ich auch nicht bekommen. Shit. Dann würde ich sagen, mache ich mit den Blöcken weiter, weil wenn die ewig brauchen zum Abbauen, dann können wir sie töten vielleicht, während sie abbauen. Und dann verlieren sie trotzdem ihre Sachen. Nein. So. Passt. Sieht schon mal ein bisschen besser aus. Hm. Es ist halt... Nee, komm schon. Man! Gibt es ja nicht sowas wie Wasser? Oh Mann, ich sterbe hier im eigenen Feuer. Hier geht auch nichts. Oh! Das Bett wurde... Einer aus so einem Team hat was gerissen. Oh cool! Aber dann wurde der Nächste getötet. Ja, geil. Wie gesagt, ihr könnt das jetzt anschauen. In der Beschreibung der Link, wo davor steht, TTT-Bewerbungsvideo. Da könnt ihr euch bewerben und ihr könnt dabei sein bei dem TTT-Projekt. Die ganzen Regeln bekommt ihr mit, wenn ihr euch das Video einfach anschaut. Gut. So. Haben wir eine Kiste eigentlich? Wäre nicht recht sinnvoll. Vielleicht legt es den... Den nächsten Kerl, der hier rumläuft, bekommt ganz viel seinen Storn. Viel Spaß. Oh. What macht der? Ich geh auch drauf. Pacht der? oder was macht der? Achso. Oh, jetzt hat der ist Zeug. Oh lololololololololol. Hinter dem Pforsten. Nicht vor dem Pforsten. Oh, shit. Sieht sich nicht so gut aus. Uns sind beide gestorben. Eher uncool. Applaus. Der Tot. Nice. Die kommen nicht her. Warum nicht? Oh, der Grüne hat ihn getötet nice team rot ist ja schon weg zum blau auch also team grün ist noch ernsthaftes problem für uns das ist das ist klar dann was war noch geiles in der woche so der erste part von left for dead ist online gekommen und ja auch der display trailer davon erst das play trailer und dann zwei tage danach hat das display angefangen so ist das ganze gelaufen also das werde ich euch auch verlegen das erste video und ja was noch passiert ist der erste part von super tux card on cards ist online gekommen also eine recht coole woche von den videos her also neue projekte oma's auf jeden fall eine coole sache hier noch ein bisschen hinten können sie auch bauen